Die Scherenarbeitsbühne GS098-8Wi ist mit einer Breite von nur 77 cm extrem kompakt. Die Fahr- und Hebefunktionen lassen sich sehr einfach mit dem Joystick bedienen. Die GS098-8Wi ist mit einem emissionsfreien Batterieeintrieb ausgestattet und kann ausschließlich im Innenbereich eingesetzt werden. Die Scherenarbeitsbühne erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 9,80 m. Die Arbeitsplattform trägt maximal 230 kg und kann auf eine Länge von 3,20 m ausgeschoben werden. Die Arbeitsplattform Treize Nachrichten Die hoof- und Hebefunktionen 3-D Junior-Uiger Vielen Dank.